Eine Möglichkeit, die richtige Aussprache zu üben oder ein verbales Feedback zu geben, ist die App Sprach-Memos. Mithilfe der Spotlight-Suche findest du sie schnell und kannst sofort loslegen. Bei einem roten Record-Button links unten kannst du deine Aufnahme beginnen und deine Nachricht wird aufgezeichnet. Wenn du die Aufnahme unterbrichst, kannst du sie rechts oben bei Bearbeiten kürzen, etwas löschen oder sogar einen Teil ersetzen und neu einsprechen. Verschiebe einfach die gelben Markierungen und lösche den ausgewählten Teil oder kürze deine Nachricht auf diese Länge. Tippe auf Sichern und benenne deine Aufnahme noch. Natürlich kannst du die Aufnahme noch einmal abspielen. Hallo! Wenn du rechts unten auf Fertig tippst, ist sie wieder automatisch gespeichert und mit der Freigabe kannst du sie auch schon per Nachrichten verschicken oder auf eine Plattform hochladen. Selbstverständlich ist es auch möglich, die Aufnahme in den Dateien zu sichern, wenn du ein bisschen nach unten scrollst. Welche Nachricht verschickst du nun?